Wie schnell fährst du? Fünf Zehn fährst du. Schau mal nach vorne, du musst lenken. Lenk, ganz schnell! Das runterfällt nicht ab. Ja, lenkt gerade. Schau mal, wo du hinfährst. Schau, wo du hinfährst. Da kommt ein Auto rein gefahren. Nicht, dass wir den da vorne treffen. So. Schauen wir mal ein bisschen schneller. Sind wir schon im zweiten Gang. Schau mal nach vorne, wo du hinfährst. Schau mal nach vorne, wo du hinfährst. Schau mal hinfährst. Wird so hektisch lenken. So. Fahren wir dann da vorne zur Chefin. Dann trinken wir erstmal Kakao. Lenken wir ein bisschen weg hier. So. Wollen wir mal. Fahren wir an dem Auto ganz knapp vorbei. Kümmern sie mich dann schön vor das Haus einstellen. So. Und lenkt zu mir. Und lenkt zu mir. Und lenkt zu mir. Und lenkt zu mir. Komm, lenkt zu mir. Jawohl. So. Schau mal nach vorne immer, wenn du fährst. So. Und auch mal fahren. Später. Zum Pickup hinterfährst du noch, ne? Okay? Ja. Gut. Gut.